Nein, wo ist eigentlich alles? Wo ist denn das Portal überhaupt? Weiß ich nicht. Jetzt kommst du zu mir, cool. Nimm dir mal die heißen Sachen ab. So, vielleicht? Ja. Aber wo ist das Portal? Ah. Wir haben es intuitiv fast richtig gemacht. Ja, ja. Warte, wir sind so. Ja, du musst halt auf die andere Seite. Du kannst doch weitergehen. Ja, aber ich dreh das Ding ja jetzt wieder. Nein, du hättest doch direkt runtergehen können. Oh. Ja. Ja. Ja gut, ich warte dann erstmal. Das verstehe ich immer noch nicht, in welche Richtung der sich dreht. Jetzt dreh es wieder mit. So. Ja. Okay. Mit dem Ding. Oh. Ja. Oh. Mein eigener färbt sich ja dann auch ein. Mit dem könntest du mich abholen, komm. Ach ja. Da rein. Wow. So, und dann wären wir auch wieder bei Null stehen. Oh Mann ey. Oh, die haben ja fast ein Ding gekommen. Nicht. Hm. Ah. Okay. Ich bin schon mal hier. Oh. Natürlich auch so gewollt. Oh. Aber da oben ist ja auch noch eins. Du musstest da drehen. Ja, ich kann das ganze Ding hier drehen. Ah. Zwei Portale? Hm. Eins ist nach oben. Da musstest du es drehen. Ah. Ja, du hättest das nehmen müssen, glaube ich. Oh ja. Mit dem Teil da links. Ja, und ich glaube, ich kann das dann wegdrehen. Hm. Ich kann mal hinkommen, ey. Ah. Ah, er kann mich ja hindrehen. Verdammt. Warte. Ich hab zwar gar... Warte, ich dreh mich nochmal ganz nach links, dann kannst du zurückdrehen. Äh. Aber... Hauptsache Level schaffen, ne? Null Sterne. Hauptsache Level schaffen. Nachdenken und dann spielen kann ja auch jeder. Weil komm ich nach unten. Das macht auch richtig interessante Geräusche, ja. Ja. Ist schön, dass du alle mal einbärmst. Ja. Und genauso, liebe Kinder, bekommen wir null Sterne. Ja. Ich bin da. Ja, schön. Oh, warte, jetzt ist der Bände reingelaufen. Egal. So, wenn ich das Ding jetzt umdrehe... Ach, ich muss da drunter stehen immer. Kannst du jetzt das untere nicht drehen? Nee, nee. Ich muss hier oben oder unten dran stehen. Hä? Aber wirklich. Ja, hä? Wie, wie... Kannst du da drehen? Damit könnte ich's drehen, also... Ah. Ja, aber es hilft dir trotzdem nichts. Na, du musst dann wieder was anderes drehen, damit ich einen mehr hab. Und dann zum oberen komme. Jetzt geh mal wieder hoch. Nee, andersrum. Rechtsrum. Jetzt gehst du wieder hoch. Nein. Jetzt drehst du dich wieder andersrum. Du hättest mich auch gerade mitnehmen können. Aber du musst doch auf die andere Seite kommen. Ach, stimmt. Dreh dich mal wieder, dass du auf der rechten Seite bist bei mir. Wie das? Auf der rechten Seite? Was soll ich denn auf der rechten Seite? Damit du die anderen Sachen drehen kannst. Von mir aus auch auf der linken, mir egal. Deswegen meinte ich ja, du hättest mich mit dem Ding mitnehmen können. Bringt er da? Ja, jetzt nach oben. Und eins noch? Danke. Hä? Verrückt, wa? Ein bisschen verwurrt, aber es hat funktioniert. Oh, wer ist das denn? Ja, das hilft bestimmt. Äh. Red mal mit dem. Ich hau den weg. Ah. Ja. Ach, er macht wahrscheinlich so wie Lava die Steine heiß. Oh, das ist ein Türsteher. Können wir aber mit drei Stern schaffen können. Ja. Eigentlich schon. Hm. So. Hä? Nein. Ach, ich wollte unten lang. Mann. Steuerung. Nein. Hä? Nicht hier an der Seite, vorne lang. Wieso? Achso. Oh nein. Achso doch, warte. Vielleicht so und jetzt laufen. Nein. Achso, nee. Nee. Mhm. Mhm. Warte, drehen. Ah! Kamera. Was ist das für ein Katzenfauchen? Wie ist das komisch denn jetzt? Nee. Hä? Mhm. Was zum Geier machst du denn da? Weiß ich auch nicht. Oh. Oh. Ja, bleib mal so stehen. Ja. Ich druck jetzt nichts. Kannst du jetzt nach links laufen. Äh, nach rechts. Nein, krass. Okay. Also. Du musst irgendwie auf die Spitze kommen. Ja. Jetzt links auf die Plattform, die ich drehen kann. Nein, 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 nein. Weiter laufen. Ich sag stopp. Ah. Weiter. Weiter. Stopp. Nein. Eins nach oben noch. Nach links. Ich will sich gar verarschen, oder? Wie weit doch. Ach hier. Oh Gott. Genau. Oh mein. Jetzt dreh ich dich. Ja. Dann bist du da. Oh Gott. Und jetzt. Jetzt müssen wir den irgendwie. Bash ihn weg. Wie denn? Kann ich nicht. Doch. Bash ihn weg. Achso. Achso. Jetzt. Wir müssen da eins tiefer sein dafür. Bam. 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 Also. Ich bin am Ziel. Ja. Das ist doch die Lösung. Komm wieder runter. Okay. Ah ja. Eigentlich hier. Fünf Minuten später. Du kannst auch gerne mitdenken in den Rätseln. Ich wollte ihn aus dem Level schaffen. Ich hab mich gesehen. Du hast mich zurückgelassen. Bitte auch. Dann hau ich den mal weg. Achso. Aha. Ne. Wir müssen. Oh da oben. Dann stampfe ich den weg. Ja genau. Da musst du hin. Wo das dir jetzt einfällt. Weil ich muss dir helfen hier rüber zu kommen mit dem Ding. Ja. Nein. Das ist nicht das Ding was dich dreht. Du musst zu mir nach oben kommen. Achso. Ich wollte einfach von links hoch. Das ist eigentlich egal. Du musst einfach rüber. Ich glaub du kannst da durchlaufen. Ne. Glaube nicht. Doch. Ich bin doch auch grad da durchgelaufen glaube ich. Aber nicht so wie. Also so richtig durch. Ja. Hier ist ja nur dran vorbei. Warte. Hier steh ich lieber nicht. Hast du gesehen? Ja ja. Ich lauf grad meine Ehrenrunde. Drei Sterne hätten wir geschafft. Ja. Hast du nicht deine Ehrenrunde gemacht. Juhu. Hast du nicht Schiss gehabt da langzulaufen? Juhu. Zwei Sterne. Äh. Einfach mal drehen. Ich mach den klatsch. Ich bin am Ziel. Das freut mich. Oh warte. So. So. Ist wieder da. Ah ne warte. Du killst mich sonst. Ja. Sehr gut aus. Boah das ging ja richtig schnell los bei dich. Wow. Drei Sterne. Drei Sterne. Ja. Ja. Uff. Okay das kann ich drehen. Oh das ist wieder so ein Rätsel wo du dich an eine bestimmte Stelle stellen musst. Dreh einfach mal. Warte stell dich mal hier hin. Ah. Ja genau da. Komm. Warte. Äh warte. Da lang. Genau. Jetzt an die Spitze wieder. Nein. Ja. Nicht an die. Kann man. Mann. Diese blöde Steuerung. Also ich bin da. Egal was du machst. Ich glaub wir haben kleine Kommunikationsschwierigkeiten. Was soll ich denn hin? Ich meinte dass wir das wie ein Level davor machen dass du dich hier hinstellst. Ich dreh das Ding und damit bist du auf der anderen Seite. Achso. Na gut ich war schon am Ziel. Nein. Ich wollte andere Seiten. Mann. Warte 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 warte. Wir haben wir haben es verkackt. Eins runter noch. Ah ja. Ah ja. Jetzt musst du wieder hin. wieder zu mir kommen. Ja. Du musst es wieder drehen. Ja. Während du drauf bist aber. Du wirst dich auch einfach hier hinschenkeln wo ich bin. Ja. Ja. Na ja. Mal hin einstellen. Ja. 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 Ja.